12 seltsame Anzeichen dafür, dass dein Leben bald besser wird Es geht aufwärts Die Zeichen an der Wand, die Vorahnung in deinen Träumen und ein subtiles Gefühl in deiner Magengegend sind nur einige untrügliche Anzeichen dafür, dass positive Veränderungen vor der Tür stehen. Häufig befinden wir uns in ausweglosen kritischen Situationen, die sich wie die Talsohle unseres Lebens anfühlen. Doch anschließend geht es stetig aufwärts. Wir möchten dir hier 12 verlässliche, aber leider auch unangenehme Vorboten dafür vorstellen, dass sich in deinem Leben bald alles zum Besseren wenden wird. Nummer 1 Jeder Tag fordert dich heraus Es ist eine weltweit anerkannte Wahrheit. Wenn etwas besser werden soll, muss zuerst der Tiefpunkt erreicht werden. Dieser schaut manchmal leider so aus, dass sich jeder Tag aufs Neue von seiner herausfordernden Seite zeigt. Akzeptiere die Challenge, die das Leben dir gerade offeriert. Du qualifizierst dich damit für ein Upgrade. Nummer 2 Deine Mitmenschen treiben dich in den Wahnsinn Wenn du dich fragst, ob die Leute in deinem Umfeld plötzlich alle verrückt geworden sind, Auch das ist Teil des kosmischen Plans, dich auf das Licht am Ende des Tunnels vorzubereiten. Möglicherweise musst du für diesen neuen Lebensabschnitt einige Wegbegleiter hinter dir lassen. Auf diese Art und Weise wirst du darauf vorbereitet. Nummer 3 Gefühle, Gefühle, Gefühle Wut, Angst, Scham und manchmal auch Freude wollen jetzt plötzlich unbedingt gefühlt werden. Leider fragen unsere Emotionen nicht vorher nach, ob uns eine Stippvisite von ihnen gerade gelegen kommt. Wenn du bemerkst, dass du emotional ein wenig aus dem Ruder läufst, keine Sorge. Auch das deutet nur darauf hin, dass du bald mit Stabilität und guten Aussichten rechnen darfst. Nummer 4 Murphys Gesetz regiert Für einen neuen Lebensabschnitt muss der Alte erst gehörig in die Brüche gehen. Wir würden sonst ewig daran hängenbleiben und uns keinen Schritt von den ausgetretenen Pfaden wegbewegen. Wenn im Moment alles, aber auch alles schief läuft bei dir, ist das der Sturm vor der schönen Wetterfront. Am besten, du wehrst dich nicht dagegen und lässt ihn vorüberziehen. Vieles haben wir nicht in der Hand und wir sollten unsere Kräfte lieber sinnvoll einsetzen. Nummer 5 Loslassen statt Kontrollzwang Besonders dann, wenn du zu jenen Menschen gehörst, die es gewohnt sind, die Dinge souverän in Eigenregie zu regeln, wirst du nun eine interessante Entdeckung machen. Es geht manchmal leichter, wenn man loslässt. Du merkst es ohnehin bald, dass du gegen Windmühlen kämpfst. Wenn dein Leben gerade zum Sprung auf die Überholspur ansetzt, gib die Kontrolle eine Zeit lang ab. Du wirst sehen, es lohnt sich und schont deine Ressourcen. Nummer 6 Gute Freunde stehen dir bei In guten Zeiten kann man sich vor lauter Freunden und solchen Menschen, die vorgeben es zu sein, kaum erwehren. Doch wenn es brenzlig wird in unserem Leben, bleibt meist nur mehr eine Handvoll übrig. Diese allerdings sind nun zur Stelle und begleiten dich verlässlich durch diese stürmische Zeit. Wenn dann das Schlimmste überstanden ist, darf gemeinsam auf deine neue Perspektive angestoßen werden. Nummer 7 Du weißt, dass alles gut werden wird Wenn wir mit unserem Verstand nicht mehr weiterkommen, sollten wir unserer Intuition und unserem Bauchgefühl unbedingt mehr Gehör schenken. Sie liefern uns über eine Art unsichtbarer Flatrate immer zuverlässig die richtige Prognose. So geschieht das auch, wenn die Zeichen auf Umbruch stehen. Tief in deinem Innersten weißt du, dass alles gut werden wird. Das Leben lässt uns manchmal lernen, Leiden steht aber nicht auf dem Plan. Nummer 8 Stell dich selbst an die erste Stelle Wenn du es nicht ohnehin schon tust, solltest du jetzt schleunigst damit anfangen. Räume dir und deinem Wohlergehen unbedingt oberste Priorität ein. Du hast jetzt nur dieses Leben und eine psychische und physische Gesundheit. Niemand außer dir weiß außerdem am besten, was gut für dich ist. Folge deinem Stern und hör nicht auf die Umrufe von den billigen Plätzen. Nummer 9 Was bleibt, ist nur die Flucht nach vorn? Wenn wir zu besseren Berufen sind, müssen wir das jetzt hinter uns lassen. Klingt in der Theorie ganz einfach. In der Praxis brauchen wir Menschen leider oft einen ordentlichen Tritt in den Allerwertesten, damit wir uns aufraffen und wirklich und wahrhaftig die Konsequenzen ziehen. Wenn dein Alltag und dein Umfeld es dir an einem Punkt schlichtweg unmöglich machen, dich hier noch länger vergeblich abzumühen, bleibt dir nur mehr die Flucht nach vorne. Folge dem Licht am Ende dieses dunklen Tunnels. Es weist dir den Weg. Nummer 10 Das Universum schickt dir Zeichen. Synchronicitäten überall, Engelszahlen, interessante Begegnungen mit Tieren oder eine weiße Feder, die dir vor die Füße schwebt. All das sind Zeichen von einer höheren Instanz, dass du nicht den Kopf in den Sand stecken und im Selbstmitleid versinken sollst, nur weil es gerade ein wenig rauer auf deinem Ozean zugeht. Denk immer daran, eine ruhige See hat noch nie besonders talentierte Segler hervorgebracht. Nummer 11 Chancen und Möglichkeiten ergeben sich Das Herrliche, wenn neue Perspektiven im Leben sich uns eröffnen, sind die Chancen, die mit ihnen einhergehen. Du merkst mit jedem Erfolgserlebnis, dass du auf dem absolut richtigen Weg bist. Alle diese Aha-Momente versorgen dich mit neuem Schwung und neuer Zuversicht. Jede Gelegenheit, die du beim Schopf packen und für dich nutzen kannst, ist wie ein Windstoß unter deinen Flügeln. Je öfter du zugreist, wenn der Gott der günstigen Gelegenheit deinen Weg kreuzt, desto öfter wird er dir gnädig gestimmt sein. Nummer 12 Du bist immer öfter gezwungen, deine Komfortzone zu verlassen. Ein unangenehmer Aspekt von bahnbrechenden Veränderungen ist jener, dass sie nur in den seltensten Fällen zu uns nach Hause aufs Sofa kommen. Die Umstände zwingen uns, Neues auszuprobieren und in für uns unbekannte Galaxien vorzudringen, selbst wenn es sich dabei nur um neue Bekanntschaften oder Verpflichtungen handelt. Wenn es anders laufen soll für dich als bisher, musst du die Dinge auch anders angehen. Kleine Veränderungen sorgen in Summe schon dafür, dass wir den ersten Dominostein erfolgreich zum Kippen bringen. Was danach kommt, sind schöne Aussichten, die wir von der Couchzone aus niemals zu Gesicht bekommen hätten. Vertraue in den Zeichen und hab Geduld. Zugegeben, das alles klingt im ersten Moment eher abschreckend als motivierend. Doch die Etappen des Lebens sind eben kein endlos geradliniger Highway ohne Kurven und ohne Höhenunterschiede. Sie haben mehr Ähnlichkeit mit der Tour de France oder einer Wüstenrallye. Veränderungen sind erschreckend, mühsam, anstrengend und außerdem auch immer mit Ungewinnheit beladen. Wenn wir mittendrin sind, haben wir manchmal das Gefühl, die Orientierung zu verlieren und keine Ahnung zu haben, wo diese abenteuerliche Reise am Ende überhaupt hinführen wird. Doch schlussendlich wird alles gut. Wir werden unser Glück selbst nicht fassen können, dass wir diese Challenge angenommen und mit Erfolg gegrünt haben. Wir können stolz auf uns sein und so schnell schreckt uns von nun an auch nichts mehr ab. Wer einmal eine Herausforderung angenommen hat, die einem das Universum wie einen Federhandschuh vor die Füße geworfen hat, der wird in Zukunft mit allem fertig werden. Spiel, Satz und Sieg finden hauptsächlich in unseren Köpfen statt. Und mentale Stärke wächst jedes Mal, wenn sie zum Einsatz kommt. Wenn Dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben.